so um 4 Kahn Kapador keine Tm-Attacken werden was weiß ich denn aber ein schlüpft ja was soll ich das denn wissen wo auch jetzt darf ich die Erden damit jetzt muss es dann jetzt auch alles nochmal neu machen ich bin schon langsfertig Klappe Klappe Rektiviert worden was verbrechen 4 und als ob was für mich doch wenn man auf die ganze Zeit verarschen zu wollen dann nur endlich ich hab das scheiß Radio ne erstmal zurückgegangen um Stärke zu holen das wär geil gewesen jaja ich geh mal eben zurück Moment also kann ich da jetzt rein oder nicht immer noch nicht Moment können wir uns halt mal eben Radio an das ist das ist das ist das ist das ist okay ich die Rade sind das ist notwürftig okay okay ne äh mein Huthut ist tot äh wo bist du äh oben am kämpfen bei Brocke oder was ne mal vom Radioturm nicht weiter ich bin dann die Route hoch Pikachu Oh Gott Leute ich bin grad ein bisschen überfreut hier egal soll's mir jetzt egal sein ahhh ich will meiner Freundin zeigen wie cool ich bin okay das hat der Trainer gesagt nicht ich ne weißer Bescheid okay die Gegner werden etwas höher aber naja ne ich sag mal nix dazu ich glaub das geht erst richtig hoch in Darkanto ja so da verrecken wir dann auf einmal die ganze Zeit oh Meryl wie süß naja geht so ne bis beiß sie weg es ist ein bisschen er bei ist erster das ist für mich jetzt nicht weil er hat das eigentlich für mich weiblich egal dass wir das denn 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 so nächster mein Freund ist schwach er kann mich nicht beschützen aber das ist auch cool auch eine coole äh Feststellung die Katzen die Katzen er macht kein Scheiß ich habe was er verkauft er hat aber vorher wo man eben wie alles perfekt hier das macht kein Donner in der Haare Heuler achten wie süß ein weibliches Pikachu aber links fertig hier Katzen hält ja Erfahrung und so Techniker wurde besiegt das 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 sagtest du bereit meine Freundin wir wissen wie Ticker von unten aussehen das 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 haben die nicht mit ein das ist einfach nur ein steckt im Boden ja mit Dickmann genau das ist wie ein Dickmann viel steckt einfach nur am Boden das ist es einfach nur am Boden richtig Magma Magma wer hat die Magma kommt durch scheiße aber Level 11 äh Entschuldigung ne das war jetzt hat nicht nachgemacht ha ich hab nicht nachgemacht so wer will wissen dein Theme dein 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 Pätzchen äh 28 oh Gott versuch deinen Pokémon auch so ein behindertes Attacke zu lernen äh nur bei mir hat es versucht Grimasse zu lernen welches Level sind dein 28 ne meinst du ist halt einfach cooler ganz cooler oh wieder so ein Psycho-Pokomaniak hier ich hab's ja gesagt ne das ist ein Jongleur ok ne ich hab' ich auch wollen Wolltubald natürlich damit ich am besten Level 2 nein 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 Pokémon wechseln sofort äh weh Entschuldigung Leute wen soll ich opfern Biggie Player es tut mir leid es tut mir leid Biggie Player es tut mir echt leid es ist keine Absicht wieso kann das Pokémon mehr als ok ich dachte das kann eine Explosion bei nachtlauern bei nachtlauern gudeln wie erbärmlich ist der Kampf denn jetzt Level 5 gegen Level 2 oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott nein ich würde Pokémon nicht wechseln Digi Player ist cool oh 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 jetzt schon Level 6 jetzt ist es gefährlich wer ist Digi Player Digi Player ist ein Mirabler oh 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 gefährlich das wird ein bisschen ewig dauern aber wir schaffen es irgendwann nein der Kind mir nicht oh endlich mal ein neues Pokémon fang was endlich mal ein neues Pokémon und so fang was denn nekaps getötet äh Nidoron männlich weiblich äh neutral hä es gibt nur männchen weiblich ah männlich äh neutral äh männlich äh vielleicht nur weiblich oder so ey bitte wir haben jetzt drei Stunden yeah ey ey wer wirklich prophets und in Orden bekommt Leute das ist einfach richtig krank ey es wird noch richtig lustig Leute also 13 Stunden hä wieso 13 Stunden oder treten auch machen naja und Liga und Pokémon fangen und so schon mal drüber nach okay ich kann bis weiß nicht wann morgen Mittag durchspielen Digit Player hat gerade zwei Level ab doch auch fast drei er lernt Lockdurft das wollte wohl ein nachkommende was ich möchte das Pokémon wegsauber werden bettet sich Kackfisch ein und dann kommt Explosion Bum-Bum-Bum-Bum hätten der LV 10 nach Leipzig kommt Kackfisch sie durch Kackfisch ist cool sagt man nix ein für den Namen Kackfisch 1 heißt er in habe ich ihn eigentlich falsch geschrieben nein okay als SZ hat richtig ich hoffe er guckt sich auch an Kackfisch guckst du es dir an ja wer weiß Kackfisch äh tsch ahhh ahhh Biss Kackfisch ach komm schon mach mal hin John Lerner endlich besiegt äh mein Mirafl hat mir eigentlich ja scheißegal deswegen ich übe mich im Feuer spuken das ist kein Feuer spuken das ist ein Dickwanz als der Feuer spuken das ist okay es ist ein Feuer spuken der hat ein Magma ja der hat ein Magma das ist ein bisschen hässlich mit den zwei Bollen am Kopf aber und Aquaknarrer Level 11 Magma äh der Magma ist für mich so Level 50er Pokémon Beirat ja genauso wie Elektro ne wie heißt das kehoren Elektrik genau Elektrik ist auch so ein Pol craint eigentlich selten hat fängt darf ich bin immer noch in beiden Scheiß Trainer kämpfen hier was willst du will dieoyer ne kann auf Pit meine Erzbuchung schon so hoch ja weißt du dass genau das ja nie sagt jemand hat mich verzieht das ist immer noch nacht das heißt er kämpft da wie lange sein ist eigentlich nach so momentan ist die ganze Nacht Nacht ja klar oh mein klar und er ist ach halt die Klappe